Guten Tag, Werte Gäste der Mesermanger, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu dieser Monologie, die auch letzten Endes die Edgy Week bzw. diese Edgy Themenwoche einleiten soll. Ich habe mir gedacht, ich habe ja ein Wort gemacht, Edgy hat gewonnen, ganz klar, das war mir auch irgendwo auch ein bisschen bewusst, weil es natürlich auch einfach, gerade auch in Deutschland, ein sehr beliebtes Thema ist. Und ich möchte euch einfach mal mit einbringen in die ganze Vorbereitungsgeschichte und so weiter, wie das abgelaufen ist. Denn ich, wie ich blauäugig und spontan da einfach mal herangegangen bin, habe mir gedacht, ja gut, Edgy Week, da wirst du wohl ein paar Manga, ein paar Anime oder sowas dazu finden. Und dann passt die Sache und dann ist ja alles gut, habe ich gedacht, war aber nicht so. Denn es war mit Abstand von allen bisherigen Themenwochen die mit Abstand anstrengendste und von der Vorbereitungszeit größte Aufgabe, die ich bisher so auf diesem Kanal hatte. Man möchte es nicht glauben, aber es war tatsächlich so. Und der größte Teil, den ich, sag ich mal, wo ich Probleme hatte, war tatsächlich mit mir selbst. Denn ich bin irgendwann mal, also ich bin durch die Datenbanken durchgegangen und habe einfach mal geguckt, erstmal so als Überblick, was kann man überhaupt als, also welcher Manga, welcher Anime kann man als Edgy bezeichnen. Und da gab es nämlich schon die ersten Momente. Zum einen, was ist Edgy überhaupt, ja? Und vor allem, wo passt es rein? Ab wann kann ich einen Manga oder einen Anime als Edgy-Anime oder Edgy-Manga bezeichnen? Ab wann ist das so eigentlich? Es gibt keine richtige Definition davon. Für jeden ist das gefühlt ein bisschen anders und für die einen oder anderen ist es schon schlimm genug, wenn da, keine Ahnung, hier und da mal ein Höschen aufblitzt oder so. Und für andere ist es erst richtig Edgy, wenn man so gefühlt alles sieht. Und da ist dann so der Punkt, Japan macht das nun mal sehr gerne, dass es auch mal Manga gibt, die zwar einen ernsten Ton anschlagen und auch vielleicht sogar seriöse Themen beinhalten, aber dann doch werbezwecktechnisch, um auch die Jungs abzuholen, sag ich mal, dann auch mal eine freizügige Dame aufs Cover schlagen. Und viele denken dann schon im Vornherein, das ist Edgy. Aber tatsächlich ist es auch oft so, dass wenn man sich den Manga dann mal holt, weil man zum Beispiel Edgy erwartet, dann feststellt, okay, das, was ihr mir auf dem Cover bietet, ist tatsächlich gar nicht mal enthalten. Also im Grunde schon irgendwie ein bisschen Clickbait in Manga-Form, kann man sagen. So was gab es schon das ein oder andere Mal. Und wenn man dann, sag ich mal, hier und da mal, ich sag mal, die typischen Tropes und Klischees, sag ich mal, vom Edgy-Bereich irgendwo in eine kleine Rom-Com oder so mit einbaut, ist das noch lange kein reiner Edgy-Manga, sondern es hat halt die typischen, sag ich mal, auch Slapstick-Elemente, weil Edgy irgendwo auch ein bisschen aus dem Slapstick irgendwie entstanden ist. Wenn man sich zum Beispiel mal Lafina anguckt, Ken Akamatsu macht das eigentlich schon ziemlich eindeutig, dass er Edgy im Grunde als Slapstick-Moment nutzt. Also es ist immer irgendwo Panik beim Hauptcharakter, wenn er da mal ein Höschen sieht oder sowas. Es ist immer auch Bewegung mit drin, Slapstick eben. Also es ist mehr auf einer Gag-Basis gebaut, als auf einer, ich sag mal, auf einer, ja, einer Schweineigel-Basis. Dass man einfach nur jetzt irgendwie Bock hat, da die Dame nackt zu sehen oder sowas, sondern einfach mehr auf Comedy basiert. Und weniger auf Erotik. Und da ist es dann halt auch schon schwierig zu sagen, okay, was ist jetzt eigentlich die genaue Definition von Edgy? Welche Manga und welche Anime bringe ich jetzt nun ein? Dann gab es so Fälle, wo ich dann gedacht habe, okay, viele Martial-Arts-Manga und Anime, wie jetzt zum Beispiel, nur ein Beispiel, das jetzt nicht vorkommt, kommen wird in dieser Woche. Ikito Sen, Dragon Girls, hat definitiv viele Edgy-Momente und sehr viele Panty-Shots. Aber der Hauptfokus von Ikito Sen liegt dann tatsächlich, wenn man sich das mal anschaut und auch irgendwann, sag ich mal, wird man auch blind, was das Ganze angeht. Wenn man ständig Panty-Shot auf Panty-Shot hat oder wie bei Aika zum Beispiel, dann wird man irgendwann so ein bisschen, ja, es ist irgendwann, stumpft man ab und dann realisiert man es schon gar nicht mehr. Dann denkt man, ah, okay, da sieht man wieder ein Panty-Shot, weiter geht's. Ich will wissen, dann interessiert man sich auf einmal für die Story vielleicht, egal wie belanglos sie ist, aber man will vielleicht einfach wissen, wie es weitergeht. Und bei Ikito Sen zum Beispiel ist der Hauptfokus dann tatsächlich der Kampf, die Kämpfe zwischen den Charakteren. Und da habe ich mir dann auch schon überlegt, kann ich das noch als Edgy-Manga mit reinbringen? Klar hat das Edgy-Elemente, wie gesagt, das ist klar, aber für mich ist ein Ikito Sen dann doch mehr in Richtung Martial Arts, als es Edgy ist. Und so habe ich mir diese Vorbereitungszeit wirklich selber ein bisschen zur Hölle gemacht, weil ich dann teilweise auch gedacht habe, ah, vielleicht mache ich irgendwann noch eine Martial Arts Week. Und da wäre doch zum Beispiel der und der Manga einfach prädestiniert dafür und da will ich eigentlich ungern den jetzt in der Edgy Week verbraten, wenn ich den für die Martial Arts Week zum Beispiel, die irgendwann kommen wird, weil ich Bock drauf habe. Oder einfach so zwischendurch. Ich wollte es einfach nicht verfeuern für die Edgy Week. Also habe ich mir überlegt, okay, dann schaue ich mal was anderes. Dann habe ich mir den einen oder anderen Manga auch noch zusätzlich geholt, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht auch mal was Neueres zeigen und bringen. Und ihr merkt, es war anstrengend. Es war auch kopftechnisch anstrengend. Ich habe mir dann halt auch mal im Internet schlau gemacht, was sehen die Leute als Edgy? Und es ist wirklich total unterschiedlich. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie hart brauchst du es letzten Endes, um es als Edgy überhaupt noch wahrzunehmen. Irgendwann stumpft man, wie gesagt, ab. Dann ist ein Lafina natürlich eine absolute Lachnummer, ja, weil man dann eben so Sachen kennt wie Valkyrie Drive Mermaid oder Sin The Seven Deadly Sins. Also nicht den Shonen-Anime da oder Manga, sondern das heißt The Seven Deadly Sins und dann davor Sin oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Das ist, glaube ich, der neueste, in Anführungsstrichen, Borderline-Hentai, den es gibt. Und Borderline-Hentai ist ja so ein Begriff. Ich habe den irgendwann mal aufgeschnappt und fand den eigentlich sehr passend. Das ist so das Edgy der Neuzeit. Also so eine, sage ich mal, eine neue Kreation, weil das Edgy, was es so bisher gab, einfach nicht genug war, das einfach nochmal einen drüber zu hauen. Wo man fast schon, wenn man es anguckt, denkt, man guckt ein Hentai, also ein Ero-Anime an, es aber dann noch knapp, knapp davon abweicht, ein Ero-Anime zu sein oder ein Ero-Manga. Und es dann doch irgendwie nur, in Anführungsstrichen, Edgy ist. Und da habe ich mir auch überlegt, zählt das noch zu Edgy? Oder ist Borderline-Hentai, wie zum Beispiel auch Saikenoquaza, ist das schon eine eigene Kategorie an sich irgendwie? Weil es davon ja auch ein paar Sachen gibt, die man schon sehr, wie gesagt, die, was ich jetzt zum Beispiel erwähnt habe, die kann man sehr gut miteinander vergleichen. Die Queen's Blade kommt da ja auch noch mit rein, was ja mehr oder minder so der Begründer dieser ganzen Geschichte war, wenn man überlegt. Queen's Blade ist vergleichsweise auch schon harmlos gegen andere Dinge, die dann danach kamen. Und das war dann irgendwie so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Was mache ich hier? Und das war so der, das ist mein Hauptproblem. Es war in meinem Kopf, war es klar und es war total einfach. Und als ich mich mal mit der Thematik auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, wie vielschichtig das Edgy-Genre doch sein kann. Denn letzten Endes ist es nur ein Stilmittel, wie, keine Ahnung, irgendwelche Gags zum Beispiel. Es ist ein Stilmittel, was in einem Anime oder in einem Manga vorkommen kann, der trotzdem irgendwann vielleicht doch ziemlich düster werden kann oder einfach ernsthafte Themen auch ansprechen kann, wo man vielleicht am Anfang nicht erwarten würde. Es gibt ja auch so Momente, wo zum Beispiel ein Mangaka hergeht und erstmal eine Geschichte mit reinbringt mit Edgy-Elementen, damit man erstmal irgendwelche, damit man quasi die sichere Route hat und danach, sobald die Leute aufgestiegen sind auf den Zug und der Mangaka ein bisschen mehr Freiheit bekommt, versucht er vielleicht irgendwann mal auch ein bisschen zusätzlich Dinge mit einzubinden in die Geschichte. Die dann auf einmal eigentlich gar nicht mehr dem typischen Klischee-Edgy-Manga oder Anime entspricht, sondern eher versucht, eine andere Richtung zu gehen oder vielleicht sogar ein anderes Genre anpeilt, was es ja auch oft durchaus gab, weil die Leute sind jetzt da, er hat seine Leser und jetzt kann er mit dem Erfolg, den er bisher hatte, kann er mal auch was wagen. Und das darf man nie vergessen. Es ist auch immer ein Schritt, auch für viele, um überhaupt irgendwie mal, sag ich mal, Aufmerksamkeit zu bekommen, als Mangaka realisiert zu werden in Japan und dann quasi auch mal später die Chance bekommt, dass die Leute sagen, hey, der und der Aspekt war eigentlich so gut in dem Manga und jetzt bringt der neuen Manga raus, der mal wirklich kein Edgy hat oder wenig Edgy und keine Ahnung, mal eine Science-Fiction-Story ist oder so und den Part hat er doch in dem Manga auch schon gut gemacht und dadurch wird er dann bekannter und kann vielleicht auch andere Sachen einfach mal machen, worauf er Bock hat. Und das muss man immer, immer, immer hoch anrechnen. Also Edgy-Manga sind per se kein Müll, wie es viele bezeichnen, sondern oftmals für Mangaka auch eine Chance überhaupt da in dieses große und sehr umkämpfte Mangaka-Business irgendwie einzusteigen. Und, ähm, genauso wie, wenn wir die härtere Variante nehmen, ähm, Doro Shinji, ähm, Ero Doro Shinji, die halt aus, ja, Sex bestehen nun mal, ähm, da werden auch viele dann irgendwann entdeckt, weil sie einfach damit einsteigen und dann, ähm, bemerken, oh, ey, der kann ja gut zeichnen und so weiter, da können wir vielleicht was draus machen, macht er eine Story und dann beginnt es vielleicht als Edgy-Manga, aber irgendwann kann auch der, dann hat er auch seine Möglichkeit, dann da neu einzusteigen und vielleicht Dinge zu zeichnen, die er vielleicht am Anfang gar keine Chance gehabt hätte, wenn er die nur, nur das quasi gebracht hätte. Es ist nach wie vor einfach eine Form von Unterhaltung, es ist ein Genre von vielen und es ist halt unfassbar gut kombinierbar. Es gibt eigentlich Edgy mit jeder anderen Kombination von Genre, sei es Horror, sei es Science Fiction, sei es Western, sei es, ähm, Krimi, sei es, äh, keine Ahnung, ähm, Romance natürlich, Comedy, ähm, Shonen natürlich, klar. Es gibt auch Shoujo-Edgy-Manga zum Beispiel, das, auch das gibt es weniger, eigentlich sogar sehr wenig im Vergleich zur, äh, Shonen, äh, oder beziehungsweise Männer- und Jungs-Zielgruppe, sag ich mal, aber dennoch, äh, auch da existiert das natürlich, in einer anderen Form natürlich, den, der, der Damenwelt eher angepasst, aber letzten Endes gibt es das auch, ähm, oder, ja, es gibt halt wirklich alles in dieser Kombination und, ähm, irgendwann trifft der eine oder andere, wenn er ein bestimmtes Genre als Vorliebe hat, irgendwann wohl oder übel, mal auf eine Kombination mit Edgy und es kann trotzdem ein wundervolles, tolles Werk sein, mit viel Herz, mit viel Emotionen, wo man dann vielleicht auch mal seine, seine Voreinstellungen abschalten sollte und zu, und zu sagen, und mal versucht zu analysieren, was will mir der, der Mangaka hinter diesen ganzen Brüsten und Hintern und, und was weiß ich, eigentlich erzählen, weil da passiert oft was. Und, und wenn es nur eine schöne, romantische Geschichte vielleicht ist, irgendwann in Kombination oder, oder eine, ich sag mal, herzerwärmende Message da vielleicht mit rumkommt, dann ist das doch eigentlich eine Sache, wo man gut heißen sollte und nicht schlecht. Ich habe schon sehr viele, wobei so viele gar nicht mal, aber ich habe schon ein paar, äh, Edgy Manga und Edgy Anime gesehen und gelesen, wo ich dann doch bemerkt habe, hoppla, das ist mir jetzt sogar recht nahe gegangen. Es kann aber auch anders sein. Ich habe einen Manga gelesen, der nennt sich Hybrid X Heart, der hatte auch ein Anime, ich glaube, das basiert auf einer Light Novel, und, ähm, da war es so, die Zeichnungen waren eigentlich ansprechend, also, ich sag mal, attraktiv natürlich, das ist meistens auch nicht so schwer in der Edgy Manga, aber ich muss dann ehrlich sagen, es war mir dann nach dem ersten Band irgendwie, irgendwie ziemlich scheißegal, wie es noch weitergeht. Die Story war Käse einfach, also wirklich, wirklich Käse, ähm, oder hat nicht ansatzweise mich versucht, irgendwie ein bisschen mir irgendwas schmackhaft zu machen. Es sah alles recht generisch aus, und das Schlimmste fand ich halt einfach, mir waren diese weiblichen Protagonisten, in der es in erster Linie mal drum gehen sollte, wenn man so ein Edgy Manga dann vor allem so ein reiner Edgy, fast schon Borderline-Hentai macht, ähm, muss ich sagen, die waren mir einfach alle ziemlich scheißegal, durch die Bank weg. Der erste Band war eigentlich, bestand nur aus weiblichen Charakteren, wo ich mir gedacht hab, yo, ihr seht zwar gut aus, äh, hier und da, aber ich hab absolut keinen Bock, mich interessiert es null, was es mit euch auf sich hat, warum die eine irgendwie komisch ist, warum die eine, ähm, ja, keine Ahnung, das und das macht jetzt, es hat mich einfach null interessiert. Und sowas gibt es auch. Ich finde es immer auch falsch, wenn man, auf beide Seiten, wenn man irgendwas verhalligt, also immer ein so ein Genre oder sowas, ich finde es falsch. Es gibt nicht nur gute Manga von dem Genre, es gibt nicht nur gute Anime von dem Genre, das ist einfach nicht der Fall. Und wenn man sagt, Edgy for Life oder sowas, ist es auch nur irgendwie wieder die, die Suche nach irgendeiner Kategorie, in der man sich reindrücken kann, wie zum Beispiel die Meddler oder die Hip-Hopper oder die was auch immer, immer dieses, ich brauche irgendwas, ich brauche eine feste Meinung und ich muss für irgendeine, eine Reihe stehen, ähm, ich muss in irgendeiner Reihe stehen, ich muss eine Partei ergreifen, ich darf nicht, bloß nicht in die Mitte, wir brauchen alle starke Meinungen, ihr dürft ja nicht irgendwie sagen, ja, ich finde das manchmal ganz gut, aber ich mag, also ich mag Edgy manchmal hier und da, aber ich mag auch seriösen Kram. Dann kriegt ihr immer auf einer Seite gesagt, was, das ist doch scheiße, das ist doch langweilig, das ist doch Dreck, das ist doch Müll und ich denke mir immer, warum, lass mich doch, ich kann das, was du so abfeierst, kann ich absolut nachvollziehen, aber ich kann auch verstehen, warum die anderen das abfeiern, weil ich einfach beides mag. Gut, in diesem Sinne, ich denke, die Monologie hat das eine oder andere erklärt. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Edgy Week. Es wird der eine oder andere Moment geben, wo ihr dann tatsächlich denkt, was, das ist wirklich Edgy? Ja, und wenn es auch nur ein Teil ist, aber es wird in dieser Woche passieren. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Monologie. Und ja, ansonsten war es das soweit von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für die Geduld und wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Maison Manga und viel, viel, viel Spaß mit der kommenden Edgy Week, die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Vielen Dank und bis bald. Ich sage wieder einmal, ciao. Bye, bye.